hallo und guten tag hat er gesagt ja ihr habt zerraten es 18 uhr ist mal wieder so weit eine folge ist joni richard durch die gegend und wir müssen ja hier noch mit den hexenjägern sprechen weil wir ja die philippa da irgendwie suchen weil das ja hier irgendwie neue fame ist wer hat denn hier mit uns da da bist du lump plätze was stehst du denn so hinten ja wir haben ja hier die ertrunkenen letztes mal neu getötet weil bei ein paar geil und bockig drauf waren und ist ja auch ganz richtig so verpasst ich hab gar nicht die gesucht sondern heute drehen bisschen scheuchen das scheue ja ich bin mal gespannt ob die überhaupt was wissen so richtig ist diese philippa von der haben wir ja schon ganz schön viel gehört und wissen ja auch datte da so viele die suchen und hohes preisgeld und so weiter und so fort hat wissen wir ja alle aber ich denke mal nicht dass die einfach zu finden sein wird da was ist denn das für eine megaburg eigentlich wir können ja gar nicht so viel sprinten wie das groß ist ich dachte ich habe nur die armen bewusst aber leider nicht es bringt ja eh nichts einfach weiter es bringt ja eh nichts weil wir ja dann absteigen müssen fleisch holen und so weiter und so fort das ist jetzt wirklich nicht so angebracht einfach müde pferde ich weiß nicht ob dazu clever ist dass wir hier so lang reiten aber plötzlich geschafft ist das immer geil was das denn schönes hier hier müssen wir rein ja das ist ja mal cool das sieht ja mal richtig geil aus ich werde mal vorsichtshalber speichern weil ich schon wieder echt schiss habe dass hier irgendwas passiert womit ich gar nicht rechnen nicht nur eins es werden immer mehr und mehr aber was geht dich das an wer bist du die sehen irgendwie alle gleich aus heißt das gefühl gerald von riva hexer radowit hat mich geschickt ach du bist das wir haben dich schon erwartet ich habe gehört dass ihr nicht reingekommen sein bis gestern da haben wir diese kachel gefunden sie zwar gewöhnlich aus besitzt aber irgendeine kraft sie öffnet den eingang großartig ich hätte sie gern wenn es dir nichts ausmacht nö 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 hier erstickt dran du idiot boah was im dien oh zum versteck geil äh tschüss ich sollte nachsehen ob philippa noch da drin ist aber rechne nicht damit dass jemand kommt um deine leiche zu holen mann ey dass die immer denn so weißt du nimm dich in acht du bist ein hexen kennst du Tarko oh cool was ist das denn ah notizen von professor sigmunds gloger und schema katzensilber yeah die notizen ausgrabung durch gottfried os michelle sabina ruxa und marco gazel unter der leitung von professor sigmunds gloger wir haben mit den ausgrabungsarbeiten unter dem schirmherrschaft der akademie von oxenfort und mit freundlich freundlicher förderung durch brinze adrien von den seewölfen begonnen begonnen unser ziel ist es den legendären schatzkönig mcgloss von esttaia taia zu finden achte bald erster ausgrabungstag ich mache mir große sorgen wegen des hexers in unserer gesellschaft ich hatte mir vorne vornherein ein schlechtes gefühl was ihn betraf gleich beim ersten treffen auf borg drahem nun in dem finstersten unterirdischen kavern macht mich seine gegenwärts schade lässt mich macht ja macht mich seine gegenwärts schau dir es ist nicht lässt wie sicher sind wir eigentlich dass seine aufgabe darin besteht die expedition zu beschützen außerdem die geburt drahem zu dicht bei oxenfort als dass wir die beunruhigen gerüchte über prinz adrien nicht kennen würden unleserliches fragment elfte beite dritte ausgrabungstat kian hat verlangt dass wir sämtliche notizen abgeben die wir in den ruinen der elfen rüstkammer gefunden haben ich weigere mich dreizehnte beite fünfter ausgrabungstag wir haben das lager in einer großen trockenen höhle im östlichen abschnitts des komplexes aufgeschlagen hier befinden sich einige aktive portale ich fürchte dass sie vermutlich nicht nur instabil sondern auch in was unidirektional sind sechster ausgrabungstag der exer hat marco ermordet marco entziffert gerade eine der unbezahlbaren elfenzeichnungen als er extra sich plötzlich von meinen augen auf ihn stürzte ihm die kehle durchschnitt und sein wat inkubten nabel schnappte ich geriet in panik und sprang in eines der portale so gelangte ich in eine kammer ohne ausgang naja das ist echt beschissen wenn nicht ein echo des portals erscheint sitze ich hier für immer fest ich hoffe michelle und gottfried können entkommen übrigens wa die übrigen notizen sind kaum zu entziffern die daten fehlen aha ich muss schlussfolgern dass der exer von anfang an auf befehl äh prinz adriens gehandelt hat es würde mich nicht wundern wenn sie auf borg darin in diesem moment auf den erfolg ihres plans anschließen verdammt vielleicht hätte ich diese elfen schemas doch an keyan übergeben sollen was nützen sie mir nun wenn ich in dieser gruft vermodern muss ich habe mein letztes wasser getrunken zu essen ist nichts da es ist kein echo des portals erschienen götter ich glaube nicht an euch doch wenn es euch wirklich gibt wenn ihr existiert dann rettet mich ja ich hab dich ja gerettet eigentlich ne ich will es jetzt nur mal so sagen irgendwas ist da unten noch aber ich habe das geile schema und das ist schon mal richtig viel wert schematisch viel so weil wir kommen ja immer überall raus weil wir sind einfach immer kurz das muss geben der diese tür öffnet hier hier fehlt eine kachel ja hau in da die scheiße cool oh man ey ein perfektes versteck für eine eule das macht es mir schwieriger mich zu bewegen mach mal ein bisschen dicht an für uns damit wir auch was sehen aber das ist ja schon mal mega geil da hinten wir gehen erstmal hier so lang weil hier ist nämlich noch nischt das ist irgendwie alles immer unten oh was ist das denn hier oh man ok ei 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 das ging ja tief da abwärts die viecher haben auch alle nichts bei portale großartig und die hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht funktioniert wer hätte das gedacht wow ok ei 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 ich hasse portale da dreht sich mir der magen um ja mir nicht aber es ist trotzdem ein bisschen komisch ey da ist nur grünzeug drinne ich sehe da irgendwie feinde das ist schon mal richtig geil eine flugfeder der rand ist ausgefranst das ist eine eulenfeder oh nicht dass hier noch ein phoenix kommt oder sowas ok gehen wir mal weiter da necker hatte ich mir schon gedacht die lieben orte die lieben ja ich habe ja hier scheiß nix mehr genommen ne ihr wisst noch ne mit enge der 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 enge denn also wenn die räume eng sind die enge der enge da ist nicht so mein lieblings ding ne ich nehme mal lieber igny das ist auch so immer ein bisschen komisch weil ich bin es immer so gewohnt mit igny zu kämpfen ich frage mich aber wenn die necker hier sind ne das macht ja nichts ne ich finde es ja total auch rustig hier aber was fressen die denn die ganze zeit also klar so ein bisschen grünzeug wächst ja hier aber mal ganz ehrlich was fressen die die ganze zeit die brauchen ja auch mal ein bisschen fleisch hey babbo verdammt es ist nicht aktiv vielleicht kann ich es aktivieren ok wieder hm ein kraftspeicher für portale scheint aufgebraucht zu sein vielleicht kann ich ihn mit einem zeichen wieder auffüllen ähm das sieht eigentlich aus wie ok ne oder doch feuer oh man ey nimm da einfach feuer ja ein kraftspeicher für portale scheint aufgebraucht zu sein vielleicht kann ich ihn mit einem zeichen wieder auffüllen eigentlich haben wir doch schon alle ne wirst du wieder funktionieren aufschlacht das portal ist aktiviert naja wie das war art davor gewechselt hatten stehen bleiben keinen schritt weiter oder sonst steck die waffe weg bevor du dir wehtust warte bist du der hexer den der könig schicken wollte richtig geraten eigentlich müsstest du wissen wie gefährlich dieser ort ist du solltest oben bei den anderen warten auf keinen fall diese feiglinge sind bei den ersten monstern abgehauen ich bin mutiger außerdem wird hier was großes passieren ich werde rausfinden was es ist und radowit wird sich freuen der könig befördert mich überreicht mir vielleicht eine medaille oh man was wird hier denn großartiges passieren ich weiß es nicht im einzelnen aber ich habe philippa eilharz aufzeichnungen gefunden dort werden ida emian margarita laux antil francesca finder bär und fringilla vigo erwähnt sie wollen sich bestimmt treffen hier denkst du dass philippa noch hier ist das weiß ich nicht wir haben einige höhlen durchsucht aber es gibt genügend verstecke wenn sich jemand verstecken möchte wäre das kein problem selbst für jemanden der keine eule ist okay na schön dann bringen wir dich jetzt raus ich hab's doch schon gesagt ohne mich außerdem habe ich den kraftspeicher fürs portal entfernt wir müssen jetzt warten bis sie uns holen niemand wird uns holen kommen gib mir den kristall ich bringe uns hier raus aber die monster ich werde dich beschützen und wenn dir das nicht gelingt oh wir haben keine zeit zum diskutieren gib mir den kristall nur über meine leiche du hast es nicht anders gewollt verdammter mutant machen wir es schnell schneller oder vielleicht schmerzhaft ist das etwa alles ich will ihn lesen leider was ist denn mit ihnen los ey ich hab gedrückt ich hab blocken gedrückt ey ich schwöre ich hab blocken gedrückt ich wollte eigentlich nur so ein bisschen weg hopsen und vielleicht mal ein Leben nehmen oder so oh jetzt hat mich hier diese scheiß mongolippe da umgeboxt oh ich bitte euch das gibt's doch gar nicht sieh auch nie am Boden sieh auch nie traurig man ey dass man sich jeden feierabend immer auf die gusche geben lassen muss oh oh jetzt muss ich das ganze nochmal machen ja 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 nein ich hab's ich werde wir haben nur über du hast es verdammter Mutant toter Mann toter Mann ist das etwa alles ich will ihn lebendig lebendig verdammter Mutant tschüss Mann ey so in Ordnung das reicht ich gebe dir den verdammten Kristall geh mir aus dem Weg ich hab doch gerade was gesagt was ist denn mit dir nicht hallo ach der täuscht mich wieder nur an ne was ist denn hier drinnen Bernstein staubten Zwer Brief an Philippa Liebe Philippa während ich dich schreibe trinke ich deinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesen meines Vaters in Metina und frage mich was soll du dir eigentlich denkst ich würde ja verstehen wenn ich dich einfach langweilen würde ich hab's ich würde akzeptieren wenn dir das will das wir abgeben nicht zusagt und dir dir ein jüngeres hübscheres Modell gesucht hättest aber bei allen verfluchten Göttern Dexter? dieses bei allen nötigen Respekt schmierbäuchige Schwein statt meiner? vielleicht haben dir ja ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt oder das ist wieder so ein Spiel von dir aber auch wenn du politische Gründe hast dich in der Nähe dieses primitiv links aufzuhalten verstehe ich nicht warum es das Ende warum es das Ende unserer Beziehung bedeuten muss schließlich wäre es es nicht das erste Mal boah ey hab ich heute ein Ding ey dass wir unsere Liebe verstecken müssen interessant Philippa hat eine Frau verlassen für Dijkstra ach Philippa ist ein Mann ich dachte wir suchen eine Frau hier ganz ehrlich ich will hier noch gucken was hier so überall ist so hier können wir erstmal Licht anmachen da scheint noch ein Portal zu sein oder so gut gut und jetzt aktivieren gut und jetzt aktivieren ok das ist auch wieder aktiv hau ab da jetzt in der Hose in der Hose du Lumpel wo komm ich jetzt? sag nicht nach oben yeah bisschen Action auch hier ja du mit deiner Hechtrolle hier Dijkstrau bist der größte Karpfen ja das gucken wir uns gleich mal an sehen wir hier wird ich weiß nicht was diese Handzeichen da immer sein sollen ich weiß doch nicht ob wir da runter gehen können ganz ehrlich ganz ehrlich oh hier ist er noch eine Feder ich bezweifle dass Philippa einen Vogelkäfig hatte sie hat Polymorphie benutzt ach ich weiß wieder gar nicht was was sein soll hier noch ein inaktives Portal der Kraftspeicher fehlt vielleicht haben die Necker ihn geholt also müssen wir doch runter ok ja der ist ja nicht so schlimm man sieht es hier eben total schlecht dass man hier runter kann ein Tunnel wo er wohl hinführt der Kraftspeicher Hallöchen Hallöchen oh der war nicht schlecht ach der lebt denn noch? oh Gott ey ich mag das gar nicht wenn wir gleichzeitig angreifen ah Katze nicht kratzen der Dicke ist wieder da er hat schon wieder seine Krallen draußen sonst haben wir oft einfach mal dem Papa ok hier haben wir jetzt noch einen Tunnel also hier doch keinen Schmarrn ey da können wir raus gucken also weder das soll so sein oder das ein Fehler ich weiß ja noch nicht ich weiß auch immer noch nicht vom irgendwas hat er angezeigt ich hasse das wenn der irgendwas anzeigt und dann aber hier geht es ja nirgendwo weiter ne ok was hat er denn angezeigt? ha bestimmt die Fackel ne wo sind wir denn gekommen hier? wo sind wir denn gekommen hier? ich verstehe gar nichts ich verstehe gar nichts wo muss ich denn hier hinbübsen? hä? äh muss ich da irgendwie oh da unten gehts ja richtig ab ey das ist ja richtig mies hier muss er da irgendwas geben wo ich den drin hauen kann hä? ich sehe das nicht da muss doch ein ort geben ist eigentlich hier daneben oder so was oder was war das nicht auch immer jünger oh gott leute ich bin so fertig und deswegen ist auch feierabend wir machen morgen weiter gucken wir uns weiter philippas versteckern und mal gucken was hier noch so ist außer den neckers eck arne schon ganz ganz böse ist aber das sehen wir erst beim nächsten mal ciao